London, England, Frühjahr 1942. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Are you Billy Bridger? It says on my pad here, criminal use of explosives, assault, attempted armed robbery, arson, attempted armed robbery. You try and rob the same bank three times? No. Oh, yes, you did. Because you're Billy Bridger. You are the son of big, bad, horrible, aren't you, Bridger? I'm a fucking Bridger. Give me the fucking money. Now that's your dad, isn't it? So how comes you didn't get sent down with you then? So I did all them jobs on your own. Oh, yeah. I've got a little deal for you. I'm putting together a unit. You're going to fucking love it. It's right up your street. Your sort of thing. And it's got to be better than being in there. I'll be fine. What sort of unit? Tell me, Bridger. Do you like the seaside? And that's why we're coming back to Battlefield 5. And there's no flag. There's a lovely little ice cream shop down there, and I'm treating you to a coolnip. And there's no flag. Oh, my God. Oh, my God. Give me a check, will you? Ja, I can barely move without spilling over. What do you want me to do? Tuck you in and get you your teddy? Now come on, get moving. Geil. Ja, wenn's ab und zu mal ein bisschen ruckelt, ähm, ich bin ja noch nebenbei am Rennbarn. So wie immer eigentlich. Das sieht schon mega aus. You should have to get routers on you. Yeah. I modified them a bit in old. Alright. You two, you know what to do. Be careful with this one, Mason. das war sehr lange läuft geil wenn sie zu unsere fußspuren ok 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 Okay. Watch your head here. The last thing I need is you bleeding all over the place. Have you been here before? Do you know where we're going? Oh, yeah. I come here all the time. I've been here a lot sometimes. So let you know then, is it? You don't know where we're going. Listen, this drop requires a certain amount of things on your feet. Do you understand? Right. Yeah. Right. We spinn wie immer und alles aufs Ultra. Right then. Now get on them binoculars and tell me what you see. Okay. 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 So once you're down there, put your finger out your arse and find a way inside. See some barrels over there. Yeah. Yeah. And I don't want to get too near them if things get interesting. Yeah. 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 Okay. 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 Das war jetzt nicht so gut. Okay. Cool. Dafür bräuchte ich was Schallgedämpftes, das ist echt äh. Wir nehmen die mal wieder mit und lassen lieber die Pistole hier. Das ist doch irgendwie 40, oder? Ja. B40 wurde ersetzt. Position. Was haben wir da eigentlich? Okay, nochmal die mit. Okay. 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 Schönes Gewehr. Okay. 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 So. 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 Okay. 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 Jetzt wissen sie auf jeden Fall wo wir sind. Wir entdecken uns doch ziemlich gut. Ja, mach doch mal! Mach die Falle an! Hey! Ich bin der Basel! Ja! Ach doch, ich denke, das ist schon! Ja! Ja! Ja, j Hoff! Ich weiß nicht, was sie auszübren sollen! Die neuen Wege hat es in die Fläche. Aber auch nicht! Ich bin der Fläche! Wir werden bei den Flächen! Ich bin der Fläche! Ich bin der Fläche! Wir werden alle Fläche! Gerechtigkeit! Was ist das? Boah, wir falten gleich. 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 Okay, das ist schnell sabotieren, dass wir es nicht nochmal machen können. Boah, wir falten gleich. Panzerfaust brauchen wir nicht unbedingt. Boah, wir falten gleich. 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 Wir falten gleich. Boah, 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 ihr Du sagst mir, dass du ein großer Experte bist. Nein, du kannst es nicht. Was war das denn? Ich habe immer wieder Teaschen-Probleme. Teaschen-Probleme? Don't make me fucking laugh. Ich könnte das mit einem lighten Wind. Ein Speck der Reine. Oder ein kleines, kleines Bärchen. Das Ding kommt zurück. Jo. Das ist es. Komm schon, ein kleines Bärchen. Das ist es. Komm schon, ein kleines Bärchen. Noch ein kleines Bärchen. Of course es. Of course es. Wohh! Wohh, shit. Moinny Moinny Moinny. Ähm, keine gute Idee. Ihr habt den Weg zu sehen. Allgemein! Bordet ihr? Ja, nehmt den Weg! Der Weg zu uns, wenn wir es ausziehen? Ja, Leute, wir müssen uns nachdenken. Wir müssen uns nachdenken! Wir müssen uns nachdenken! Wir müssen nachdenken! ok kurze Motten und jetzt raus Joom goom 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 ich weiß ich ich Okay. Yes! Got him! Come on! Haben wir es geschafft, oder? Ja, du kommst. Das ist deine Schuld. Das ist nicht ich! Du hast das Geld verdient. Du willst das Geld verdient? Dann musst du dich aufhören. Du verstehst mich? Halt! Die Idee! Oh! Das ist ein Scheißer! Das ist ein Scheißer! Das ist ein Scheißer! Du musst das nächste Mal machen, oder? Das ist wie du alle die Banken gemacht hast. Ja. Ja. Ich werde es nicht getan, Herr Bauer. Du bist gut? Ja, natürlich. Ja, das bin ich. Hör. Mach das. Das geht mit dem Bauer und alles. Okay. Ich werde es nach unten und fertig. Ich werde dir ein paar Hilfe. Ich werde dir das Geld verdient. Ja. Mach das und wir sehen uns. Ich werde ein kleines Kipp. In dieser Scheißer. Ich werde nicht da nach mir schauen. Geh! Geh! Ja, und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal einen Cut. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao!